Sie hören? Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen. Von Karl Schlögl. Gelesen von Timo Weisschnur. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Europas Ukrainer. Einleitung. Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird. Ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird. Ob die Europäer, der Westen sie verteidigen oder preisgeben wird. Ob die Europäische Union zusammenhalten oder auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss. Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden. Es ist nicht lange her, da gab es diesen Staat, dieses Volk, diese Nation im allgemeinen Bewusstsein kaum. Besonders in Deutschland war man daran gewöhnt anzunehmen, dass sie irgendwie Teil Russlands, des Russischen Reiches oder der Sowjetunion war und dass man dort eine Sprache sprach, die so etwas wie eine Unterart des Russischen sei. Die Ukrainer haben mit ihrer Revolution der Würde auf dem Maidan und mit dem Widerstand, den sie der versuchten Destabilisierung ihres Staates durch Russland entgegensetzen, gezeigt, dass diese Ansicht von der Wirklichkeit längst überholt ist. Es ist Zeit, noch einmal einen Blick auf die Landkarte zu werfen und sich neu zu vergewissern. Jedenfalls gilt dies für mich. Ein Buch zur Ukraine zu schreiben, war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen. Aber es gibt Situationen, wo man nicht anders kann und wo man gezwungen ist, alle Planungen über den Haufen zu werfen und sich einzumischen. Putins Handstreich gegen die Krim, der seither weitergehende Krieg in der östlichen Ukraine, ließen mir keine andere Wahl. Dies nicht deshalb, weil ich mich für besonders kompetent hielte, sondern eher im Gegenteil. Ich musste feststellen, dass man sich ein Leben lang mit dem östlichen Europa, mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt haben konnte, ohne eine genauere Kenntnis von der Ukraine besitzen zu müssen. Und ich war nicht der Einzige im Fach, der zu dieser Einsicht kam. Erst recht gilt dies für das allgemeine Publikum. Im medialen Dauergespräch ging es fast ausschließlich um Putins Russland, das zudem nicht als politisches Subjekt, als Akteur verstanden wurde, sondern als Opfer, das auf Aktionen des Westens reagierte. Man sprach selten mit den Ukrainern, sondern vielmehr über sie und ihr Land. Man hörte leicht heraus, dass viele Diskutanten das Land, über das sie sprachen, nicht kannten, es nicht für nötig ansahen, sich dort umzusehen. Während jedermann etwas zur russischen Seele einfiel, kam vielen, ausgerechnet den Deutschen, die zweimal im 20. Jahrhundert die Ukraine besetzt und verwüstet hatten, nicht mehr in den Sinn als das Klischee von den Ukrainern als ewigen Nationalisten und Antisemiten. Fast ohnmächtig stand man dieser kompakten Ignoranz und Anmaßung gegenüber, die sich auf ihre Fortschrittlichkeit auch noch etwas einbildete. Während man jede Woche im Fernsehen wählen kann zwischen Dutzenden von Russlandfilmen, vorzugsweise Flussreisen und historischen Dokumentationen, hat das öffentliche Fernsehen es auch nach einem Jahr, in dem die Ukraine zum Kriegsschauplatz geworden war, nicht zu Wege gebracht, diesem Land ein Gesicht zu geben, das über die Bilder vom Maidan hinausginge. Keine Dokumentationen über Odessa oder den Donbass oder die Geschichte des Kosakentums. Keine Tour durch Lemberg oder Tschernowitz, Orte, mit denen man in Deutschland, dank der alten wie der jungen Dichter, durchaus etwas anfangen kann. Kurzum, die Ukraine blieb eine Leerstelle im Horizont, ein weißer Fleck, von dem allenfalls Beunruhigung ausging. Dieses Buch ist der Versuch, mein Versuch, sich ein Bild von der Ukraine zu machen. Es ist keine Geschichte der Ukraine, wie sie von Historikern in herausragenden Werken bereits erzählt und dargestellt worden ist, die in meinen Augen wichtigsten sind im Anhang aufgeführt. Es ist auch nicht der Versuch, die laufenden Ereignisse darstellen und kommentieren zu wollen, eine Arbeit, die von den Journalisten und Reportern manchmal auf geradezu heroische Weise geleistet wird. Meine Art, mir ein Bild zu machen, ist die Erkundung geschichtlicher Topografien. Meine Weise, mir die Geschichte und Eigenart eines Landes oder einer Kultur... ... ... ... ...